Herzlich Willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das von mir so bezeichnende FMPEG Problem bei Captura 8.0. Was Captura 8.0 ist, das weißt du schon. Es ist ein Screencasting Programm. Ich habe das in drei Videos bereits schon mal vorgestellt. Wenn du jetzt frisch hier Captura runtergeladen hast und du es installiert hast und dann hier eine Aufnahme machen möchtest, hast du vielleicht das Problem, dass diese Aufnahmen nicht funktionieren und er zeigt dir so als Fehlermeldung sinngemäß an, ja man muss einen Codec herunterladen, nämlich FMPEG. Hier siehst du wie man das schreibt. FMPEG ist ein Zusatzprogramm, das man gratis beziehen kann und das auch hier Captura 8.0 verwendet, um eben Aufnahmen vom Bildschirm zu machen. Dieses FMPEG muss dann nachgeladen werden und da funktioniert dann der Link nicht wirklich, der in Captura hier enthalten ist, aber man kann das auch händisch sehr leicht nachholen. Ich zeig dir jetzt mal wie das geht. Ich habe hier Captura gestartet, ich gehe hier rechts oben auf Einstellungen, ich habe hier dann ein Fenster, das hier aufgeht und hier habe ich hier mehr Registerkarten, hier habe ich die Registerkarte MPEG. Und wenn ich das, ich schiebe das jetzt mal da hin, wenn ich jetzt hier drauf drücke, ja, Download FMPEG, geht hier wieder ein Fenster auf, Start, Start, Download und schreibt einmal hin, der Remote-Name kann nicht aufgelöst werden. Das kommt dir vielleicht in einem anderen Zusammenhang auch unter diese Fehlermeldung. Und dass wir aber zu diesem FMPEG kommen, den Weg dorthin möchte ich dir jetzt einmal zeigen. Und da oben siehst du schon die Seite, von der man es herunterladen kann, Github und so weiter. Ich gebe den Link hinein in die Kommentare. Und dort bekommt man immer die neueste Version von diesem FMPEG angezeigt, wie gesagt gratis. Und da sucht man sich dann dementsprechend dann hier eine ZIP-Datei heraus. Ich habe hier, siehst du, mehrere Angaben von Speichergrößen. Es reicht die einfachste Variante, die hier gleich hier oben steht, die lade ich herunter. Wenn bei dir dann etwas anderes steht, FMPEG und das hat dann ein bisschen eine andere Bezeichnung, ist das überhaupt nicht tragisch. Bei dir sollte FMPEG stehen, Win64, GPL sollte dort stehen. Der Rest ist an und für sich nicht wirklich von Bedeutung. Rechte Maustaste, Link speichern unter. Ich speichere dann diese ZIP-Datei. Du weißt, die ZIP-Datei enthält mehrere verschiedene Dateien. Ich habe die jetzt heruntergeladen. Weg, da ist diese ZIP-Datei. Im Windows Explorer siehst du dann als Dateityp hier ZIP-komprimierte Ordner, dann rechte Maustaste und dann muss ich das Ganze dann dementsprechend entzippen. Ich gehe auf alle extrahieren bei mir hier. Dann entsteht bei mir ein Ordner, der im Prinzip gleich heißt, wie hier diese ZIP-Datei. Die habe ich hier oben, da steht Datei-Ordner. Ich gehe dann hinein, nochmal hinein und dann habe ich hier lauter solche verschiedenen Ordner. Und entscheidend für mich hier, für Captura ist dieser Ordner PIN. Und da ist es diese Datei F-MPEG. Das heißt, das Programm Captura muss jetzt den Weg zu diesem Ordner PIN finden. Und den stelle ich hier ganz oben einfach ein. Ich gehe auf Einstellungen. Da habe ich wieder dieses Fenster. Ich rücke es jetzt einmal daher. Und gehe dann hierher auf diese drei Punkte und stelle dann den Pfad hier ein zu diesem Ordner PIN. Ich bin jetzt also hier schon angelangt bei diesem Ordner hier. Kannst du dich erinnern, so schreibt man den. Gehe ich hinein. Dann noch einmal. Dann habe ich hier den Ordner PIN. Dann klicke ich auf Ordner auswählen. Und habe hier jetzt den Pfad eingestellt. Wenn ich das jetzt hier zumache und dann hier draufklicke, dann funktioniert dann auch die Aufnahme. Also das F-MPEG herunterladen und den Pfad dann über die Einstellungen dann einstellen. Und dann funktioniert auch Captura 8.0. Ja, ich hoffe dieses Video hat dir bei dieser Problemstellung geholfen. Und wir sehen uns sicherlich bald wieder beim nächsten Video.